So langsam aber sicher kommt nach der großen Zwangspause wieder Fahrt ins Kulturleben. Und da in der momentanen Situation Veranstaltungen im Freien einfacher durchzuführen sind als in geschlossenen Räumen, werden so manche ungewohnte Orte zu Theaterseelen oder Konzerthallen. Wie zum Beispiel der Stadtgraben am Pulverturm in Neumarkt. Ein bunt gemischtes Publikum erschien dort am Freitagabend als die Neumarkter Band Naked in Disguise, welche bereits seit 1992 besteht, rockige Klänge bei sommerlicher Stimmung verbreitete. Organisiert wurde das Freiluft-Event vom ehrenamtlichen Team des Fair-Kultur-Cafés Immergrün, welches direkt nebenan im Bürgerhäusl an der Stadtmauer seinen Sitz hat. Die Zuschauer genossen sichtlich das Programm, das bei freiem Eintritt auf Spendenbasis präsentiert wurde. Am 30. Juli gastieren im Stadtgraben dann die Leisure League Dogs und Heinzel, welche Rock und Punk im Gepäck haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017